so meine freunde jetzt werden wir uns hier in die höhle der des löwen oder der katze begeben wir sind immer noch hier bei battle block theater im zweiten level mit natürlich immer noch im grünen also immer noch in der gleichen aufnahme session in der fälschen fälschen ja das spiel kann echt freundschaften zerstören als geht es wieder um die zeit ne oh no ich habe nur gerade in die falsche richtung geguckt und jetzt und schnell zeit das geht um zeit das geht um zeit sehr gut sehr gut kommen einmal beim ersten mal aber ich bin so schlecht egal sehr gut der rolle macht das schon ja ist klar und dann habe ich in mein bett geschlafen lassen komm her komm her komm her genau komm ich pack dich hoch ich pack dich hoch ja sehr gut komm ein bisschen tempo hier hui ich sehe nicht so viele schöne partikel aber aber ach da bin ich nicht ich glaube ich bin das ist so cool so check point wir kriegen übrigens bei jedem check point wieder punkte ne aua wenn wir reden ich glaube da drehen wird noch was was denn mal warten mal komm 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 Wir sind so gut! Und dann... Ich hab's nicht angesch... Boah ey, wir sind so gut und dann... Nee, so rum, ne? So, jetzt geht's ab hier BAM! So, jetzt... Nein! Boah, das ist so eine kleine Ritze, ey! Ja, sehr gut! Boah! Raste gleich! Boah! So... Sehr gut! Oh, damit da waren wir jetzt viel schneller! Oh mein Gott! So, komm! Sehr gut! Oh mein Gott! Oder soll ich wieder? Nein, ich pack dich wieder hoch! Los, komm rüber! Aua! Ja, ich muss erstmal auf dich und danach hochpacken! So! Gut! Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll! Achso! Und jetzt musst du da... Oben Doppelsprung! Oben Doppelsprung! Ja! Alter! Aber noch 48 Sekunden Zeit gehabt hier! Nicht aufschauen! Ops! 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 Boah! Boah! Diese Drecksteile, die mobben aber auch hart, ne! Ich steh! Da hab ich alles verankt! Alles Katzen! Boah! 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 Wir blocken uns vor allem auch übers Gegenseitig, ne! Aber jedes Mal, Mann! Das ist ja falsch, was ich dreht. Da hab ich... Boah! Ja! Sehr gut! Ja! 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 Das ist ja mal nie, aber was ist... Ja! Und dann? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Na verdammt ey, ich komm nicht runter. Nee, du musst von unten dranspringen. Du kannst die Teile ausmachen. Genau. Na. So schlecht. Kannst du nicht sagen. So. Au. Kann sein, dass da irgendwas noch ist. Egal. Na komm, wir versuchen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der Key! It's the Key! Ja! 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 Oh ja! Oh ja! Ja, Blumen, Blumen, ja. Aber ich hasse rote Osten. Mit nur einem Fehlversuch. Mit nur einem fucking Fehlversuch. Mit nur einem fucking Fehlversuch. Der Theater kann man einigen Veränderungen und wirklich anfangen, und wirklich anfangen, diese verrückenden Shows von murdery Death zu appeasen den Fickle Crowd. So, so, das ist gut. Und was ist das Problem mit Hattie? Er schrecklich dreht sich rund der Theater all day. Look at ihn dreht sich. Er scheint, dass er forcefully verletzt hat. Er ist das so. Er ist einfach so. Er sitzt da. Er ist nur so produktiv wie man kann sein. Ja. Ja. Er ist das so. Ja. 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 Wie die Veränderungen. So, bist du mit. sagst du was, Hattie! Pic immer hat du tongue? Schut! Die Menschen in der Luft még sein, und verrückte Geschenke, in dieser verrückten Welt. Sieht unser kleiner Boot war eine le�ante impossible. Die Gäste. Aber diese Chancen indulgen sind die vollen Beziehung von uns. Welche Fehlfache haben sie auf die Marilynitssee des wuchsverstanden, wie ein grosser Theater ist. Er schmerzt von diesen fremischen Aschinen mit einem feriktesten und dieser Segel. Und wie lange sie haben das grobte, diesen schemaligen Schem. Ich meine, Avert your eyes, Kinder. Avert them! Es gibt bony people-skeletons überall. Schade, nicht wahr? Ich bin kein Genie, aber ich weiß, wie lange es dauert für ein Körper zu decomposieren. Also, das muss ich auf jeden Fall gehen. Oh, warte, das was ich gesagt habe. Also, ob Sie die Gelegenheit zu entdecken und herausfinden das mysteriöse hinter diesem Grimm-Wirld? Oder werden Ihre Hilarious-Death-Screams durch den Sonnen von Ihren Hilarious-Death-Screams geschehen? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Du siehst? Okay. Also, das nächste Level. Der Typ wird es bloß machen, oder? Der Typ? Der Ansager? Mhm. Willst du das mal anfangen? Oh, hier ist Lageplan. Okay, äh... Hier ist noch zugeschlossen, logischerweise. Gut, äh... Wir waren jetzt wirklich ziemlich schnell. Da können wir durchaus noch weitermachen. Das war schon zu schnell, komischerweise. Reinen Tisch machen. Oh, ja. Oh, das sieht ja wirklich schon hier. Vier professioneller aus. Na los. Was soll ich machen? Rein? Reingehen! Na? Na? Na, so. Mal schauen, was das neue Level so mit sich bringt. So an grausamen Verbesserungen. Oh, das sieht alles so plüschig aus. Und werfst du dich hin? Werfst du dran? Hä? Der kommt. Was ist das? Müsste das nicht eigentlich hochgehen? Ja, geh doch mal weg. Vielleicht ist der Hase leichter. Nee, nee, warte mal. Komm mal her. Nee, komm, wir müssen da irgendwie hoch. Ich hab mir die Idee, ich hab mir die Idee. Oh, ho. Mit der Idee, warte. Ja, es war richtig, ich hab's noch nicht rumgekommen. Sehr gut. Äh, egal. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Äh, okay. Okay, sind wir zu einer Art... Ah, nee! Da wär... Da wär ich... So wär ich jetzt hochgekommen. Ja. Du hast alles kaputt gemacht, das will ich nicht spielen. Ja, ja. Da ist nichts. Warte, schm... Ich schmeiß dich. Hm. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Oh! Ja. Du bist so gut. Ich weiß. So. Okay. Hm. 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 Na gut. Ein Diamant fehlt uns noch. Da ist alles. Ja. Na ja, ein Diamant ist es nicht öffn... Wow! Nein! Hä? Ah, die müssen alle... Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab das Spiel auch immer wieder nicht mehr. Da oben muss doch... Schau mal, da oben sind auch welche. Ich weiß eigentlich. Du bist doch fertig, mir den Weg zu finden. Ah, wir brauchen diese... Okay. Das macht Spaß! Okay, ich hab das Wollknoll und den Dingens. Sehr gut! Sehr gut! Wo ist das da hin? Ich bin hier ganz hoch schon. Ah ne, hier waren wir schon. Hier bist wir jetzt hoch. Wir haben alles. Okay, dann müssen wir wieder zum... Oh, was? Ach... Ich bin zu dem nicht. Warte. Ja. Das schaff' ich noch! Yeah! Wenn's mehr, die jemand gibt, ist das echt schon unvollstellbar. Mietst du das? Na ja, Madde. Dann! Ach, ja... Ähm... Ja, warte. Du musst es dann reinschieben. Ah, ja. Wo, jetzt? Du... Du willst es dir nicht leicht machen? Ich sag... Sorry... Okay, dann müssen wir irgendwie hoch und kommen die mir noch von uns. Ja, warte. Da können wir ja wieder hier... Zack! So... Ist hier noch irgendwo anders hin? Das... Ach ja, das ist ja wieder... Bonus-Gems. Ah, da geht's noch irgendwie hoch, dann... Keine Ahnung. Aber später, glaub ich, ist... Komm. Komm schon. Danke. Warte mal. Äh, wie sollen wir denn da drankommen? Ja... Bitte kurz. Ah! Okay. Ich weiß es. Boah, wenn die Blut nicht so dämlich wäre. Nee, du musst drauf... Klappt nicht. So komm ich nicht. So, warte. Nee, halt. Hä? Was wollte ich jetzt? Mach's vorher wohl das von unten rein, oder? Ja. Oh, sorry. Du hast schon einen... Ich bin doch auch noch extern. Da ist der Hut. Ach, scheiße. Ich bin gegrillt. Ich bin gegrillt. Okay. Tschüss, Animo! Aua. Oh, mein Gott! Das ist krass! Oh, mein Gott! Das ist krass! Oh, mein Gott! Ich hab mich wirklich krass! Ja! Genau! Und jetzt können wir hier... Oh, mein Gott! Das ist krass! Oh, mein Gott! Das ist krass! Aber wir haben uns sicher eine noch nicht da, oder? Ja, da unten ist noch einer. Warte. Bäm! Bäm! Du darfst nicht sterben, glaub ich. So. Bäm! Ui! Dab, 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 dab. Tada! Am Ende läuft's! Wir sind... Wir kommen so... So auf dem Fluss raus, ne? Gut für dich! No! Hä, wir hatten... Hatten wir nicht das Wolknoi? Äh, keine Ahnung. Obwohl nicht. Wir hatten einfach einen Demand nicht. Das Wolknoi zählt nicht alles. Äh... Doch, wir hatten gerade angezeigt, dass wir kein Wolknoi hatten. Ja, aber dann haben wir das wenig bekommen. So ist es unten, genau. So ist es unten, genau. So ist es unten, genau. So muss es unten, abschalten. So. So und dann. Okay und dann das flautant. So. So. Umm. Es ist so ein rumgepackt. Oh! Das ist ja blöd. Irgendwie kann ich nochmal Waffen werfen. Oh! Granate! Sorry. Wow, schon wieder zu mir. Oh! Oh! Dieses Viech ist abgrundtief böse, glaube ich. Guck's nicht! Geht doch! Oh! Also wenn du schlagen, geht's ja. Oh mein Junge, lass mich durch! Hau mich! Kommt davon! Kommt! Nein! Ähm! Geht doch mal weg! Ja, ne, da bin ich offen. Oben geht nicht. Und der TeamSpeak laggt schon wieder. Ja! Ah! Sag mal, muss das passieren. Ja. Man hört doch in Österreich an die Zube drin, weil ich das... So war das jetzt nicht gemeint. Ich wollte nicht diskriminierend sein. Ja. Ich wollte nicht diskriminierend sein. Ja. Hast du? Ich wollte das nicht so ausdrücklich bespielen. Ja, ich hab morgen schon bespielen. Oh fuck, waren das überhaupt schon alle? Ja. Ja, bitte. Du brauchst nicht mehr. Boah, sind wir schlecht, ey! Boah! Das erste war gut, ne? Das letzte war alles. Okay, dann merken wir uns fürs nächste Mal, würde ich sagen, dass wir hier weitermachen. 3, 2 und 3, 3. Nein, beim nächsten Mal dann. Jo. Also, vielen Dank fürs zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So. Und brav bleiben hier, süß. Oh, Gott. Oh, Gott.